um um so kann sein und warum baue ich mich mit einem also in der folge wo äh wo nicht da war die folge wo nicht da die nicht funktioniert hat aber inzwischen geht es wieder besser man merkt ja das ist so wenn man dann wieder aufnimmt und ein bisschen Spaß dran findet dann ich bin am Graben und jetzt die wieder besser ja er ist okay ja du hast dich doch deutlich besser als eben die Aufnahme diesnach ist es kann ich noch nicht sagen hoffentlich besser ähm hast du hast du hast du hast du hast du keine Ahnung ich habe vergessen was ich sagen wollte ich kann dir leider nicht beantworten was ich habe oder was ich haben soll hey da ist ein Zombie dann töte ihn mal ich habe mich früher nie alleine in irgendeine Hülle getraut frag mich nicht wieso ich auch nicht keine Ahnung warum aber jetzt schon ja jetzt kann ich da reingehen ohne irgendwelche Probleme ich mag nur nicht die alleine auf überlebensmord spielen ich weiß nicht das ist immer so langweilig ja das stimmt also alleine überlebensmord wenn man da die ersten Diamanten gewonnen hat dann welche Höhe sind wir oder bist du ich bin gerade auf Höhe warte ich hab keine ich finde die F3 Tasse nicht 1 Zeit 3 ähm Höhe 19 ich bin klar ich sehe sogar dein Name Shield wollen wir nach auf Höhe 11 auch nach Diamanten gucken äh was denkst du denn ich muss essen ich gehe jetzt auf jeden Fall in den Graben hinab und guck mal ob ich Redstone und sowas fahren kann in welchen Graben ja komm mal zu mir das sucht mal nach meinem Namen Shit da ist der große Graben da wo wir schon mal drin waren aber nur da auf der Seite wo wir noch nicht waren oh ne da komm ich nicht runter ohne zu sterben ne okay dann muss ich das war's so was sind verständlich knapp was passiert ich bin nicht gestorben ohne jetzt ist und ich komme nicht mehr hoch tut mir ist mit mir ich mich nicht mehr und gehen 1 mein Schatz hallo ja ich bin da hier ist es sich ganz angehört dass es nicht mehr hier was die Schneeball ich weiß nicht ich bin einfach in den Kram ist gesprungen weil ich sie nicht sehen nicht er sei es bei den Eisen liegt ja da liegt ein das ist wahrscheinlich nicht aufgesammelt ich habe nichts mit habe ich gerade okay es denkst du denn hey jetzt ist meine Stärmer jetzt ist meine Eisenschaufel kaputt Lappi ist für was Eisenschaufel ich hätte eine Eisenschaufel dabei ich habe ja auch mal wenn du klar sie ist klar ist ich brauche mich gerade zu dir siehst du mich nicht sie dann in den Schildern wartet mal ganz kurz direkt unter mir ich habe einfach ins Wasser ich sehe dich ja nicht es ist so du musst jetzt zum Graben kommt zuerst pass aber auf das Wolle wo lasst du denn hin ich bin noch immer am gleichen Fleck nee ich hab mich nur ein Stück nach unten gebaut weil hier gold ist jetzt ich dich nicht mehr jetzt ich sehe deinem Schild ich bin schon wieder in Wasser wo bist du schon wieder hin ich bin genau unter dir ich sehe dein Namensschild du bist gleich draußen ich sehe dich deutlicher geradeaus einfach weiter wenn du ja ja ich habe ja das was du gerade abbauen wolltest da unten ja da unten bin ich das übrigens 1 so in welchen Kram gehen wie ich gehe da rein ich weiß nicht ob ich hier schon waren aber ich denke mal nicht da kann ich nicht da ist irgendwo als Eisengewiesen so wo war das die Chine Höhle noch auf das ist verwirrend hier das ist verwirrend hier das ist vor allem wo wo das ist ja mal safe und freibau das kenne ich von Varro das oft jö ich hab mein Chief man das ist ich weiß nicht aber es ist ja egal immerhin es ist ich weiß nicht aber ich habe gedacht es kommt Salz für ein Hund um die Ecke es hat so ausgesehen wie so ein Monsterhund von irgendeinem Horrorfilm ich dachte jetzt was ist das in Kombination mit dem roten Redstone ich bitte sorry ich hab mich grad voll erschrockt weil das hat so ausgesehen als hättest du irgend so ein Blutmund gehabt keine Ahnung und wärst so ein Grauerhund das ist von irgendeinem Horrorfilm oh Gott hab ich mich verschrockt jetzt müsstest du es zumindest fach das ist immer das Gute über Mike Schäfer weil man irgendwie so gerade beim Einschläfer und ist einfach in die Höhle geht erstmal wach das ist auch interessant für deine Folge dieses Ivi erschreckt sich oh mein Gott wir werden alle sterben nein Gold, Gold, Gold Juhu ich bin goldgeil Arrrr goldgeil so und Eisen bei tatsächlich Bussi oh mein Gott mein Gott ich habe Eisen ich habe Eisen Und Lapis. Hi, Lapis ist hier. Das ist auch noch die Eisenspitzeige kaputt. Die geht schnell kaputt. Ja, wenn wir die ganze Zeit am Kohle abbauen, ist ja. So, ich habe ein 64-es Deck Lapis und das reicht mir. Hier war noch mal Eisen, aber nicht viel. Baust du Redstone ab? Ja. Wenn wir mal das automatische Feld bauen wollen, dann brauchen wir Redstone. Weil ich gehe da nämlich nicht die ganze Zeit drüber und ernte dieses Feld, weil das ist ganz schön aufwendig. Ich will probieren, eine Falle zu bauen. Erst dann brauchen wir das automatische Feld. Dann nimm du das Redstone mit, das was ich da alles überlasse. Ich lasse dir das Redstone über. Hier geht es nach oben, da laufe ich mal nicht lang. Das lasse ich jetzt mal einen Frieden da oben. Okay, ich habe... Ich schmeiße jetzt einfach Nädterwarzen weg, ich habe eh welche angesetzt. Oder, nee, ich hier grab, das kann ich weghauen. Hallöchen, mein Freund. Da ist ein Tommy. Magst du kuscheln? Ich nicht. Magst du kuscheln? Nein, ich nicht. Gut, dass ich genug Erde dabei habe. Ich hätte jetzt schon Bock irgendwie auf Kuscheln, aber nicht mit irgendeinem Sohn, so wie ich ihr Bock und mein Weck zu kuscheln, dass wir es gehen, ja irgendwie zu schlafen. Ja, ich bin jetzt gleich mit deinem Freund. Nee, ich habe mich nicht vorhanden. Ich kuschelte mit der Trauer. Oh, nicht so traurig. Jeder findet, auf jeden Topf-Past-Deckel. Äh, auf jeden, ja, auf jeden Topf-Past-Deckel, außer du bist eine Pfanne, der haste verloren. Ja, dann bin ich eine Pfanne, vielleicht. Kann sein. Bis jetzt hatte ich nämlich noch nicht so, dass du mit Jungs. Kenn ich. Nur halt mit Mädchen. Ja, du hast es also schon irgendwie so die Verwirrung von der Sprache heute mit dem Thema Jungs zu Mädels. Oh, nee, ich werde vom Wasser abgetrieben. Lass mich. Du wirst vom Wasser abgetrieben, oh mein Gott. Ich dachte, wenn man im Schwimmbad was ganz Gewisses macht, dann ist da die Chance genauso groß. Würde das andere auch noch schwanger werden können. Dachte ich mal gehört zu haben. Könnte sein, aber bei Männern, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Nee, das nicht. Boah, das wäre irgendwie eine Kruse. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Okay. Nein, darunter ist Kohle. Äh, darunter ist Lava. Tobi, du hast es noch nicht ausprobiert. Aber ich würde es auch keinem raten, irgendwie. Weil die Frauen, die wären dann ziemlich sauer, glaube ich. Oh, passt schon. Vor allem, wenn die dann einen Freund haben und dann ganz plötzlich irgendwie schwanger sind und die, die sich das nicht erklären können, wodurch und dann da, die wären da ziemlich im Arsch. Äh, ich glaube, sie wäre dann im Arsch, weil der Mann, die sie dann verlassen würde, weil er denkt, sie hat ihn, äh, Hintergang. Ich hielt, Fährgang, wollte ich schon sagen. Ja, sie hatte, er, sie hat ihn vergangen. Wo hast du den Hintergang? Ein Schwimmbar. Wie? Keine Ahnung. Kann ich das hier Kohle über? Das ist nix gut. Alter, ich ist. Eisen, Eisen. Boah, wie man einfach, wenn man hier sich über die Kohle, äh, über die Lava baut, wie man einfach so richtig fest die Maus durchdrückt. Welche Höhe sind wir gerade? Ähm, 1, 2, 3, 15, bin ich gerade. Siehst du das, ey? Auf F3. Ja, und bei welchen Koordinaten? Die, äh, die Y, äh, die Z, die Z, wie ist es da, oder? Nee, die Y, Entschuldigung, da bin ich, ich bin auch für 10. Entschuldigung, ich habe mich gerade vertan, weil das andere war nämlich auch so niedrig, deswegen habe ich gedacht, oh, dann ist das das, boah, ich habe meinen Finger gerade einen Krampf. Hier ist so viel Eisen, aber hier ist Lava und ich habe nichts, wo ich mich zu Lava bauen kann. Dann fahren wir halt etwas Stein. Und was machst du gerade so? Ich höre ein Zombie. Was machst du gerade so? Ich höre ein Zombie. Zombie, ein Baby, Zombie. Würde ich sogar sagen. Hier, Mario, baue ich mal zu, sonst falle ich da noch ein. Hm, wie komme ich da hoch? Hm, 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 hm. Baust du inzwischen schon Kohle, äh, immer noch Kohle ab? Nee, ich habe schon drei Stacks Kohle. Ja, ich, ja, ich auch. Kommst du eigentlich mal irgendwie runter? Ich bin auf Höhe 10. Ich bin auf Lava-Höhe. Okay. Hi, hallo. Ich habe gerade ein Eisen verbrannt. Das ist schön. Voll. So, hier ist gleich um die Lava-Quelle. Da gehe ich jetzt mal hoch. Oh, ey, dieser Stein muss genau in meinem Kopf sein. Und was spinnt jetzt hier? Okay, passt. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Lava-Quelle ist aus. So, wofür ich erhöhe, bin ich jetzt. So, wofür ich jetzt mal. So, wofür ich jetzt. So, wofür ich jetzt. Ja, klar, und ich muss mal wieder so doof sein und direkt in die Lava reinrennen. Ich brenne, ich brenne Hilfe. Ah, Gott. Ich bin nicht auf dem Schiff. Ich komme. Ich bin nicht auf dem Schiff. Ich bin nicht auf dem Schiff. Dann hättest du in Weitmich von dir. Vorher, ich bin nicht auf dem Schiff. Ja, doch, ich hätte auch Weitmich von mir. Von mir aus. Da war ich jetzt noch nicht. Und ein Skelett und ein Creeper. Na, hallo. Sprich, ich spreche das noch mal aus. Creeper. Ein Creeper. Hast du oder ein Creeper? Ja, ich habe Creeper gesagt. Ein Creeper. Ein Kruppel. Ein, ja, ein Kleiner. Sieht ja aus. Boah, wie weit geht es hier noch in der Mitte? Ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Juhu. Schön. Geil. Ja, ich weiß, wenigstens. So voll gut gelandet. Boah, was ist denn das für eine fette Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle. Es werde nicht und hier ist Eisen. Es werde nicht und hier ist Eisen. Ich komme gerade nicht dran. Hier ist Lapis. Hey, da drunter ist Lava. Ich wollte da gerade reinspringen. Gut, dass es nochmal weggeploppt ist. Das ist gut hier. Gut, dass es aber, danke schön. Siehst du, die Server-Bugs können auch so etwas nützlich sein. Seltenst, aber ja. Ich gehe nicht durch. Wo ist denn jetzt dieser Creeper? Keine Ahnung, ich schwimme jetzt einfach. Ach, hier. Hallo, Freund. Also Diamanten habe ich heute noch nicht gefunden. Ich schon. Ist das hier Eisen? Ja, ist Eisen. Oh, hier ist ganz viel Eisen. Ich glaube, bei Karpfen hätte man jetzt noch aufpassen müssen, dass er nicht Jan-Lukas Burg da anfängt zu... Anzufackeln. Äh, Jan-Lukas, äh, Stadion da anfängt anzufackeln, ne? Oh ja. Das ist hier oben. Ist noch Eisen, das brauche ich. Sonst killt mich der Tobi, wenn ich das nicht mitnehme. Hallo, das ist Eisen. Let's down. Eisen braucht doch kein Mensch. Außer wie hier in Minecraft. Da ist auch Eisen. Also viel Platz habe ich nicht mehr und ich muss meine Kartoffel weglegen. Oh, ich mache mir jetzt mal fackeln. Oh ja. Vielen Dank.